Musik 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 Ich habe das Gefühl, dass ich diesem Kind, diesem kindischen, jungen Ding bös sein muss oder dass ich ihm nicht verzeihen kann, dass es die Schrecken dieses Monster nicht rechtzeitig erkannt hat, dass es nicht durchschaut hat, in was es da hineingeraten ist und vor allem, dass ich so unüberlegt ja gesagt habe, ich war ja keine begeisterte Nationalsozialistin, ich hätte ja, als ich dann nach Berlin kam, sagen können, nein, ich will da nicht mitmachen und ich will auch nicht ins Führerhauptgottel geschickt werden, ich habe es aber nicht gemacht, aber da war die Neugier zu groß und irgendwie habe ich das auch nicht so, ich habe ja nicht gedacht, dass mich das Schicksal so vorangreibt, an eine Stelle, die ich überhaupt nicht angestrebt habe und trotzdem, es fällt mir schwer, mir das zu verzeihen. Musik Die Damen sind hier. Der Geistruhr hat bestätigt. Können passieren. Musik 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 Ich bitte meinen Namen. Nehmen Sie doch Platz. Ich muss Ihnen noch einen kleinen Moment Geduld bitten. Der Führer füttert eben noch seinen Hund. Wir werden ihn kürzer empfangen. Sagen Sie doch, ich meine, wie soll man denn, wie berühst man eigentlich den Führer? Der Führer wird Sie zuerst begrüßen und Sie antworten dann nur, Hi, mein Führer. Was ist mit dem Hitlergruß? Ich denke, meine Damen, das können wir uns schenken. Schließlich sucht der Führer in Ihnen ja keine neuen Soldaten, sondern eine Sekretärin. Musik Am besten benimmt er sich ganz natürlich, möglichst unbefangen. Und mal sehen, ob er Zeit für Sie hat. Herr Führer, die Damen aus Berlin sind da. Musik Musik Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, meine Damen, dass Sie gekommen sind, zwar mitten in der Nacht, aber im Krieg ist man unglücklicherweise nicht immer Herr seiner Zeit. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Ich heiße Margarita Lorenz, Heilmeinführer. Wo kommen Sie her? Aus Fulda, Heilmeinführer. Und Sie, wie heißt Sie? Ich heiße Ursula Puttkammer, Heilmeinführer. Das können Sie ruhig weglassen, Kind. Sagen Sie mir ganz einfach, woher Sie kommen. Aus Frankfurt, am Main, mein Führer. Ich bin die Hannah Puttowski. Ich bin geborene Berlinerin. Um mit genau zu sagen, original aus Pankow. Edwig Brandt, aus Kreisheim, Schwaben. Und wie heißen Sie? Ich heiße Trodl Hums, ich komme aus München. eine Münchnerin. Aha. Tja, Frau Nups, da wollen wir mal. Meine Brandi tut mit Ihnen nichts. Sie hat einen ausgesprochen scharfen Verstand. Überhaupt, ist sie viel klüger als die Menschen. Jetzt machen Sie es sich erst einmal bequem. Sie brauchen gar nicht aufgeregt zu sein. Ich mache bei meinen Diktaten selber so viele Fehler, so viele können Sie unmöglich machen. Sie sind noch sehr jung. Wer alt sind Sie denn? 22, mein Führer. Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, Parteigenossen. Es ist, glaube ich, etwas Seltenes, wenn ein Mann nach rund 20 Jahren vor seiner alten Anhängerschaft hintreten kann und dabei in diesen 20 Jahren an seinem Programm keinerlei Änderungen vorzunehmen brauchte. Ich würde sagen, das probieren wir gleich nochmal. Ich habe es geschafft, er hat mich engagiert. Kommt ab! Kommt ab! Kommt ab! Ich kann gar nicht mehr reden! Kommt ab! Herr Kuh! Das ist ja Artillerie. Du spinnste Uhr sollen die mit Artillerie schießen. Frau Junge, Sie haben recht. Das sind keine Fliegerbomben. Das ist Artillerie. Das sind die Russen. Das ist ja ein sauberes Geburtstagsgeschenk. Unglaub, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen, dass Berlin auf der Artilleriefeuer liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wilpac Werder. Das ist eine riesige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand, der Flak am Zogen gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zur Strecke. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufringen. Das heißt unerhört. Unerhört. Der Russe steckt zwölf Kilometer vor dem Strecke und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn. Dieser Himmler, was für ein aufgeblasener Hanswurst. Bonzen. Überall Bonzen. Könnte einem Speiübel werden nur vom Hinsehen. Was heißt der Führer heute noch Klausowitz ausgeben? Berlin als Frontstadt. Da würde die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch einmal mit dem Hebel. Der Führer mag den Hebel ist der einzige Diplomaten, der noch Einfluss auf ihn hat. Hebel hat alles versucht. Glauben Sie mir, ist es sinnlos. Und dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Warum nicht? Sie ist verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. Das macht sie praktisch mit dem Führer vorhand. Da muss halt alles versucht werden. Berlin ist praktisch von den Russen eingekesselt. Sie sind ja nur jung. Sie werden ja bald fort. Wollen Sie in der Stadt umkommen? Bestimmt nicht. Meine Herren, der Führer. Hebel! Alles raus! Jetzt hat er, meine Herren! Zwei Schritte rücken für ab! Was ist denn hier los? Packen! Abhauen! Aha. Klaus wird es ausgeheben. Alle Ministerien und alle Wehrmachtsführungsämter rücken ab aus Berlin. Und wer organisiert die Verpflegung der Bevölkerung und der Soldaten, wenn alle weg sind? Wollen Sie mich etwas leichteres, Professor? Aber das ist doch Wahnsinn! Ah, der Herr Professor! Ich kann nicht zulassen, dass meine Verwaltung evakuiert wird. So, so, Sie können das nicht zulassen. Die Lebensmittelversorgung von Berlin wird zusammenbrechen. Ein guter Soldat findet immer seine Verpflegung. Ja. Und wenn in der Stadt gekämpft wird, wem nimmt der Soldat die Verpflegung dann weg? Doch wohl der Zivilbevölkerung. Ich werde das nicht verantworten. Das ist ein Führerbefehl! Als Amtschef bin ich der SS und Himmler unterstellt. Aber als Arzt bin ich Angehöriger der Wehrmacht. Und die marschiert noch nicht ab. Ich bitte, dies zu beachten. Der Professor kann in Berlin bleiben. Die entsprechenden Vollmachten sind sofort auszustellen. Aufsetzen! Alles für Deutschland. Heil, mein Führer. Und für euch Heil, mein Führer. Die können es ja gar nicht erwarten, endlich mit uns kommen. Heil, mein Führer. Was mir am meisten stört, ist die Schleimerei. Nach vorn Sieg Heil und nach hinten leck mir mal abhängig. Mein Führer, ich flehe Sie an. Verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Zu spät? Hebel, kommen Sie doch mal hier, bitte. Mein lieber Hebel, Sie sind doch auch der Ansicht, wir sollten Fühlung aufnehmen mit den Alliierten. Politik machen. Ja, in der Tat. Wir sollten Politik machen. Politik? Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich so an. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Mein Führer? Es ist gut. Mein lieber Himmler, mein treuer Heinrich. Es ist gut. Geht's in Ordnung. Unter uns, der Mann ist fertig. Na ja, was soll man von einem erwarten, der weder raucht noch trinkt und überdies Vegetarier ist? Geht's mal im Ernst, Fegelein. Ich werde wohl die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Berlin wird fallen und das in wenigen Tagen. Wenn der Führer tot ist, mit wem glauben Sie wohl, werden die Alliierten verhandeln? Was macht Sie denn so sicher, dass die Alliierten mit Ihnen verhandeln wollen? Der Westen braucht den Nazi-Staaten und meine SS, um nach dem Krieg Ordnung zu schaffen. Glauben Sie es mir, eine Stunde mit Eisenhower, das sieht es genauso. Erste Kontakte sind geknüpft. Seien Sie vorsichtig. Das ist Landesverrat. Ach, Fegelein. Da habe ich ganz andere Sorgen. Sagen Sie, wenn ich Eisenhower gegenüberstehe, was halten Sie für angebracht? Hitlergruß oder soll ich ihm die Hand schütteln? Sie haben. Die spätere Abend ist der Lieber, die Gäste. Meine Herren, Sie sind schon im Aufbruch? Ich wollte Sie eigentlich noch sprechen. Die Befehle des Führers über die Zerstörung aller Zivilen Einrichtung bedauere, mein Lieberer, aber ich muss fort. Besuchen Sie mich doch bei Gelegenheit in Hohen Lügen. Ich begebe mich jetzt allerdings mit meinem Stapel in den Norden des Reiches, um von dort aus den Kampf um Berlin zu unterstützen. Das ist so schwer die Bombenangriffe auf unserer Städte und mache Gutes. Es ist viel einfacher, nur den Schutt wegzuschaffen, als selbst alles niederzureißen. Wenn der Krieg erstmal gewonnen ist, dann wird das mit dem Aufbau ganz schnell gehen. Befehle tausend Stunden haben wir beide mit diesen herrlichen Entwürfen verbracht. Sie sind ein großes Geniespür. Doch, doch. Nur Sie und ich wissen, dass ein Drittes Reich nicht vorstellbar ist, das aus Warenhäusern und Fabrikgebäuden besteht. Nur Wolkenkratzer und Hotels. Dieses Dritte Reich wird eine Schatzkammer sein für Kunst und Kultur, die Jahrtausende überdauern. Wir sind die antiken Städte vor uns, der Kropolis. Wir sind die Städte des Mittelalters. Wir sind ihre Dome und wissen, dass die Menschen so etwas brauchen, einen Mittelpunkt. Ja. Speer. Das war meine Vision. Das ist sie doch immer. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Eva, jetzt sag du doch mal was. Er ist der Führer. Er weiß, was richtig ist. Bitte, Sie müssen raus aus Berlin, das sagt doch jeder. Die Rosen haben uns ja schon fast abgeschnitten. Ach, Kind, ich kann das nicht. Ich käme mir vor wie ein lahmer Priester, der eine leere Gebetsmülle betätigt. Ich muss hier in Berlin eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen. Sperr. Was meinen Sie? Sie sollten auf der Bühne stehen, wenn der Vorhang fällt. Hermann! Wie alt bist denn du? Zwölf? Und du? Vierzehn? Und du? Warum seid ihr hier? Wollt ihr Krieg spielen? Geht nach Hause, spielt was anderes. Wer sind Sie denn? Was wollen Sie hier? Ich will meinen Sohn und zwar lebend. Sie sollten lieber stolz sein auf Ihren Sohn. Er hat zwei Panzer abgeschossen. Der Führer persönlich wird ihn heute dafür auszeichnen. Sie sind jung. An welcher Front haben Sie gekämpft? Ich, ich hatte noch nicht die Ehre. Es ist Ihr Glück, dass Sie noch nie eine Schlacht erleben mussten und jetzt seien Sie vernünftig und schicken die Kinder nach Hause. Wir werden die Stellung halten bis zum letzten Mann. Und welche Stellung soll das sein? Das ist keine Stellung. Das ist eine Falle. Die Russen werden euch von zwei Seiten in die Zange nehmen und ihr könnt noch nicht mal wegrennen. Wir werden zurückschießen. Mit was denn? Wir benutzen die Flakke als Artillerie. Die Russen sind mit mehreren Armeen im Anmarsch, mit Panzern und schwerer Artillerie. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, ihr könntet diesen Sturm auch nur für fünf Minuten aufhalten. Wir haben es dem Führer geschworen. Habt ihr denn noch immer nicht begriffen? Der Krieg ist verloren. Es ist zu Ende. Feigling! Haut ab! Jetzt! Wenn die Russen kommen und ihr seid noch da, geht ihr alle drauf. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle in einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Früher oder später werden die Westmächte einsehen, dass nur wir die Bolschewisten aufhalten können. Wir sind das letzte Bollwerk gegen die asiatischen Horden. Wir müssen Berlin halten, nur wenige Tage. Dann machen wir mit den Amerikanern Kippern. Ah, Monke, Sie sind da. Mein Führer? Ich habe heute den Fall Klausowitz ausgegeben. Berlin, der Transtadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant. Die Sicherung des Regierungsviertels. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über drei Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Mein Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten. In einem Karte wie diesen gibt es keine Zivilisten. Der Führer täglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm da nicht? Der ist kein Argumenten zugehänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Aber was muss getan werden? Die verrückt. Der will uns einfach rausschmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Norputonist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Wo hast du es denn? Geht hier in Scheißdrege. Mein Führer, die erfolgreichsten Panzerjäger der Berliner Hitlerjugend eingedrehen. Ich will start zur Fall. Mein Führer, dieser Junge hat allein zwei russische Panzer mit der Panzerfaust erledigt. Sein Name ist Dieter Kranz. Also Peter heißt du. Ich wollte meine Generale hätten deinen Mut. Gut, gut. Die Geschichte schaut auf euch. Und wenn Germania aus diesen Trümmern neu emporwächst, seid ihr die Helden. Heil euch. Darin. Ich bin Sie. Gut, gut. Ich bin Sie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist das unheimlich. Da waren mir die Fliegerpumpen noch lieber. Was soll denn jetzt werden mit uns? Mir hat er gestern gesagt, er hätte Verständnis dafür, wenn ich gehen würde. Aber Fräulein Manziali, die meisten haben ihn doch eh schon im Stich gelassen. Wir können doch nicht einfach alle gehen. Ich glaube, ich kann das auch nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich hingehen sollte. Meine Eltern, eigentlich alle meine Freunde daheim haben mich gewarnt. Ich soll mich nicht so nah einlassen mit den Nationalsozialisten. Soll ich jetzt sagen, da bin ich wieder? Ich habe mich geirrt. Als es eins eingemachte ging, habe ich mir ein Irrtum eingesehen. Irgendwie wird es schon weitergehen. Was denken Sie, Herr Oberst? Wir sollten gehen. Wohin? Weiß nicht. Irgendwohin, wo man uns braucht. Kommt alle mit nach oben. Jetzt wird gefeiert. Ich habe oben ein Fest vorbereitet. Kommen Sie mit. In der alten Reichskanzlei. Steht denn da mal was? Kommt rüber. Wir sehen. Wohin immer der Feind vordrängt, das soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das ist das Todesort für das deutsche Volk. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Mit diesem Befehl rauben Sie dem Volk jegliche Überlebenschance. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Denn das Volk hat sich erst der Schwächere erwiesen. Und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Es ist Ihr Volk. Sie sind der Führer. Was nach diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen. Denn die Guten sind gefallen. Ja, bitte schön. Ach, nun kommen Sie doch. Ihr seid tatsch. May I have the pleasure when I come? Nein, bitte. Einmal wie ich jetzt bin. Nein, nein. Nein, nein. Hallo. Die derniere Zeit. Ja, nein. Die Bouffens. Die sind schon wieder? Ja? Was ist denn? Wir müssen raus aus Berlin, Eva. Du musst ihn überzeugen. Dann komm mit mir. Eva! Du wirst sterben. Was ist denn? Kann denn hier keiner Musik machen? Ich will tanzen! Ich? Tanzen! Haben Sie einen besonderen Wunsch? Einen Zwingen! Der Unterricht Das ist alles so unmöglich, wie in einem Traum, aus dem man aufwachen möchte, aber man kann nicht. Es geht weiter, immer weiter. Gerda, ich glaube, mir ist schlecht. Es geht weiter. Traudel, Traudel, komm! Komm, komm! Komm, komm! Scheiße! Ich habe meinen Gefäßstand! Ich habe den Gefäßstand nicht verlegt! Am besten, wir sollen nach Westen! Wie sollen wir hier noch führen? Ich stehe tausend Meter vorm Feind! Sie kommt rein! Herr General! Soll ich jetzt mal! Hilf mir doch! Hilf mir doch! Donny! Dr. Donny! Hallo! Hallo! Ist Meldung, Herr General? Ich soll erschossen werden! Was? Wieso denn? Man glaubt, ich hätte meinen Gefäßstand von Südosten vom Feind weg nach Döberholz im Westen verlegt! Wäre vernünftig, Herr General! Kommen Sie mit! Nichts mehr allein! Jeder Kontakt zum Markenfallschirmjäger ist abgebrochen! Schenk! Bunker! Ich bin hier im Bunker der neuen Reichskanzlei an der Forststraße! Der Führer hat mich zum Kampfkommandanten des Regierungsviertels ernannt! Ich brauche Ihre Hilfe! Ich fürchte, das wird schwierig! Hier wurde alles evakuiert! Mein Adjutant und ich sind die Einzelnen hier im Hauptamt! Alle anderen sind weg! Sie sind doch Arzt! Ja! Internist! Hören Sie! Requirieren Sie irgendein Fahrzeug und bringen Sie alles an Medikamenten! Morphium, Penicillin, Verbandszeug, alles was Sie unterwegs finden, führen hierher zu mir! Ich sehe, was ich machen kann! Danke, beeilen Sie sich! Ich muss den Führer sprechen! In welcher Sache? Ich soll erschossen werden! Warten Sie hier! Die Waffen, bitte! Hier nicht! Wache 2! Verstanden! Herr General! Sie nicht! Herr Elklar! Herr Emler! Was geht hier eigentlich vor? Warum soll ich erschossen werden? Sie wissen von dem Befehl des Führers, dass ein Ausweichen nach Westen für alle ausdrücklich verboten ist. Offiziere, die sich dieser Anordnung nicht bedingungslos fügen, sind festzunehmen und augenblicklich zu erschießen. Wovon reden Sie? Meine Einheiten stehen seit Tagen in schwersten Kämpfen. Mein Gefechtsstand ist ein Kilometer von der vordersten Kampflinie entfernt. Weiter. Sehen Sie das? Ich verbitte mir Ihren schnottrigen Ton. Und jetzt tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich glaube, Sie sollten die Sache dem Führer selbst vortragen. Kommen Sie mit. Wie können Sie nicht weiter, Herr Oberst? Ich bin hier im Auftrag des Kampfkommandanten Brigadeführer Mondgeld. Ich muss rüber ins Lezaretten. Wir brauchen Verbandszeug und Medikamente. Die im Lezaretten ist keiner mehr. Die sind alle abgehauen. Was ist mit den Verwundeten passiert? Sagen Sie mal, mit den Käsi oder was? Ich sehe mal nach. Herr Oberst, Sie bleiben hier. Aber passen Sie auf, dass Sie ein bisschen Wüsche kriegen. Die sprummeln überall Russen durch die Gegend. Sehen Sie das? Das ist das Ende vom Reich. Das Ende ist Russkieland. Diese Dichsiddel, diese Verdammte, warum lässt er mich das nicht machen? Hallo? Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gratuliere. Ihr Vortrag hat den Führer beeindruckt. Er nennt Sie zum Kommandanten der Verteidigung von Berlin. Es wäre besser, er hätte befohlen, mich zu erschießen. Dann ging mir dieser Kelcharmie vorüber. Er hat den Führer beeindruckt. Er hat den Führer beeindruckt, er hat den Führer beeindruckt. 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 Er hat den Führer beeindruckt, er hat den Führer beeindruckt. 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 Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Er hat den Führer beeindruckt. 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 Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle fleweren Offiziere liquidieren zu lassen wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter, von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volk. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich, der wollte es. Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Das konnte der Führer nicht im Ernst gesagt haben, dass er Sie erschießen will. Oh, Frau Junger, Frau Christian. Ziehen Sie sich sofort. Um in einer Stunde geht ein Flugzeug, das Sie nach Süden bringen. Das ist alles verloren. Hoffnungssloth verloren. Aber du weißt doch, dass ich bei dir bleibe. Ich lass mich nicht wegschicken. Mein Führer, ich bleibe auch. Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel wählen. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. An November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals. Aber Sie haben es doch selbst gehört. Er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen. Keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren. Er wird sich wieder fangen. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht es dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf halten. Ich verbitte mir diesen Ton. Verdammt. Wir kommen da nie wieder lebendig raus. Ist alles aus. Wir müssen einfach abwarten. Aber der Chef glaubt doch selber nicht mehr dran. Was ist denn, wenn er sich umbringt? Was ist denn da mit uns? Der Günsch hat mir gesagt, es gibt vielleicht einen Fluchtweg unter den russischen Linien durch zu den Amis. Warum hast du denn gesagt, dass du unbedingt bei ihm bleiben möchtest? Weiß ich nicht. Ehrlich. Was hat aufgehört? Komm, wir machen einen Spaziergang. Komm. Tschau. Komm. ager� es, schau mal auf. Ach Kinder, ich muss auch mal wieder rauchen. Gehen wir halt wieder runter. Helders! Archie! Polizio nach vorne! Archie! Wo seid ihr, Archie? Entgegeschütze ausgefallen! Helders! Helders! Wo kommen sie denn her? Polzsturm! Heute Nachmittag zugeteilt! Was? Die sollen raus da aus der Schusslinie! Regalführer! Der Polzsturm unterliegt dem direkten Befehl von Dr. Goebbels! Ich sehe sofort, dass jeder rauskommt! Das ist doch Wahnsinn! Ich kläre das! Ich bin nicht sicher, ob wir richtig sind, Professor. Wer sauber! Stopp! Scheinwerfer aus! Stehen bleiben! Sobald stehen bleiben! Glück gehabt, Deutsche! Hilfe! Die wollen uns umbringen! Was ist denn hier los? Greifkommando! Das gibt's doch nicht! Wir fänden es! Die Polziewieken packen! Hören Sie sofort auf! Lassen Sie die Männer los! Was geht hier vor? Sie haben hier überhaupt nichts zu melden! Diese Männer haben wir in ihren Wohnungen aufgegriffen! Sie sind fahnflüchtig! Die werden erschossen wie alle Verräter! Das sind alte Männer! Zivilisten! Das können sie nicht machen! Nein! Wer sollte mich daran hindern? Sie vielleicht? Stopp! Es reicht! Auf! Ah, komm! Musik 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 Wer positiv ist? Hat hier jemand mehr positiv? Wer positiv ist? Der Mann ist A. Können Sie appellieren? Eigentlich nicht. Achtung! Sagt Fräulein Ilse, die Kinder sollen nicht zu viel Spielzeug mitnehmen. Eins für jedes reicht. Und nicht unnötig viel Nachtgewand, das ist jetzt nicht mehr nötig. Bis gleich. Herr Minister. Frau Junge, nachher kommt meine Frau mit den Kindern. Bitte seien Sie so gut und nehmen Sie meine Familie in Empfang. Ich danke Ihnen. Brigadeführer, was kann ich für Sie tun? Herr Minister, die Russen schießen ihre Männer vom Volkssturm ab wie die Hasen. Diese Männer haben weder Erfahrung im Häuserkampf noch geeignete Waffen. Was diesen Männern und Kampferfahrungen und Waffen fehlt, gleichen Sie aus mit Ihrem glühenden, bedingungslosen Glauben an den Endsieg. Herr Minister, wenn Sie diese Männer nicht bewaffnen können, dann können Sie nicht kämpfen. Sie sterben sinnlos. Ich kann kein Mitgefühl empfinden. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Ja, das mag für manche Leute eine Überraschung sein. Geben Sie sich keine Illusionen hin. Wir haben das deutsche Volk ja nicht gezwungen. Es hat uns selbst beauftragt. Jetzt wird Ihnen eben das Hälschen durchgeschnitten. Ja? Hallo? Eva, du musst den Führer verlassen. Hermann! Na, ich so dumm. Jetzt geht es um Leben und Tod. Wie kannst du denn sowas nur sagen? Wo bist du überhaupt? Ich habe entschieden, nicht die Absicht in Berlin zu sterben. Hermann! Weiß meine Schwester, wo du bist? Überleg's dir, ich ruf wieder an. Na, Kinder? Da reicht es, euer Zimmer. Wartet auf mich! Guten Tag, Hockerbitz. Freut mich, Sie zu sehen, Frau Nummer. Ich bin da. 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 Jetzt stellt euch mal auf. Ja! Hedda, komm, ich stelle dich jetzt mal auf. Wir machen uns jetzt alle ganz fein. Und dann dürft ihr eurem Onkel Hitler guten Tag sagen. Ja! Ja, ja, ja. Kennt ihr euer Lied noch? Ja. Ja. Kein schöner Land in dieser Zeit Heißt hier das unsere weit und breit Wo wir uns finden Wohl und erlinden zur Abendszeit, wo wir uns finden, wohl uns verlegen, zur Abendszeit. Also wenn man sicher sein will, ist es das Beste, man schießt sich in den Mund. Dann platzt der Schädel. Ihhh! Man merkt überhaupt nichts, der Tod tritt sofort an. Ich will das schöne Laich sein. Ich nehme Gift. Wenn ich schon bereit bin, heldenhaft zu sterben, soll es wenigstens schmerzlos sein. Das ist unter Garantie schmerzlos. Durch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt der Tod an. Das ist eine Sache von Sekunden. Vielleicht könnte ich auch ernerben. Ich vielleicht auch. Hymna hat mich Gott sei Dank gut versorgt. Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen kein schöneres Geschenk machen kann. Berlin, den 23.04.1945 Mein liebes Schwesterlein, wie tust du mir leid, dass du solche Zeilen von mir bekommst. Aber es geht nicht anders. Es kann jeden Tag und jede Stunde mit uns zu Ende sein. Vorausgeschickt, Hermann ist nicht bei uns. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass du ihn nochmal sehen wirst. Er wird sich sicher durchschlagen, um vielleicht in Bayern den Widerstand wenigstens für einige Zeit fortzusetzen. Der Führer selbst hat jeden Glauben an einen glücklichen Ausgang verloren. Mein geliebter Sohn, ob du diesen Brief erhältst, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es doch eine menschliche Seele, die es mir ermöglicht, dir meine letzten Grüße zu senden. Du sollst wissen, dass ich gegen den Willen Papas bei ihm geblieben bin. Dass noch vorigen Sonntag der Führer mir helfen wollte, hier herauszukommen. Du kennst deine Mutter. Wir haben dasselbe Blut. Es gab für mich keine Überlegung. Unsere herrliche Idee geht zugrunde und mit ihr all das, was ich Schönes, Bewundernswertes, Edles und Gutes in meinem Leben gekannt habe. Die Welt, die nach dem Führer und dem Nationalsozialismus kommt, ist nicht mehr wert darin zu leben und deshalb habe ich auch die Kinder hierher mitgenommen. Sie sind zu schade für das nach uns kommende Leben und ein gnädiger Gott wird mich verstehen, wenn ich ihnen selbst die Erlösung geben werde. Ich möchte das goldene Armband mit dem grünen Stein bis zum Schluss tragen. Dann lasse ich es mir abnehmen und du sollst es immer tragen, so wie ich es immer getragen habe. Meine Brillantuhr habe ich unglücklicherweise zum Richten gegeben. Die Adresse schreibe ich unten an. Vielleicht hast du ja Glück und bekommst sie noch. Sie soll dir gehören. Ebenfalls gehört dir das Brillant-Armband und der Topaz-Anhänger, Geschenk des Führers zu meinem letzten Geburtstag. Der Firma Heise bin ich noch anliegende Rechnung schuldig. Es könnten auch noch weitere Forderungen kommen, aber sie dürften 1500 Reichsmark kaum überschreiten. Auf jeden Fall bitte ich dich, die Geschäfts- und Privatbriefe und das Kuvert an den Führer gleich zu verbrennen. Ich schicke dir bei gleicher Gelegenheit Ess- und Rauchwaren. Bitte gib auch Lindners und Kadle von dem Kaffee. Die Zigaretten gehören Mandi. Der Tabak ist für Papa, die Schokolade für Mutti. So, jetzt weiß ich nichts mehr. Für heute genügt es. Nun wünsche ich dir, mein liebes Schwesterlein, viel, viel Glück. Vergiss nicht, Hermann siehst du bestimmt wieder. Mit den herzlichsten Grüßen und einem Kuss bin ich deine Schwester. … … … Untertitelung des ZDF, 2020 Inge, Inge! Untertitelung des ZDF, 2020 Mensch ihr, es muss wieder Schwung in die Sache. Ich verstehe nichts. Wir haben keine Ölgebiete mehr. Das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wieder bekommen. Noch irgendwelche Fragen? Nein, mein Schuh. Gut. Also, danke, Gute Reise. Gute Reise, Gute Reise. Gute Reise. Mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss an der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme? Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Es ist Landesverrat und Verrat an Ihrer Person. Görings Sorge ist nicht so unberechtigt. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen und das kann stündlich geschehen, dann sind wir in der Tat von der Welt abgespitten. Befehle und Anweisungen können dann nicht mehr übermittelt werden. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischburke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Es riecht nach Putsch. Dieser Versager, dieser Schmarratzen. Ein paar Wendel, ein Faulpilz! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Juppe! Was hat er da das gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das! Verrat an meiner Person! An meiner Person! Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Mütter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurechten. Was wird denn jetzt aus uns? Gibt es denn noch Hoffnung? Frau Junge, Sie sollten hier raus, bevor es zu spät ist. Der Führer will da bleiben. Wir können ihn doch nicht alle einfach so allein lassen. Bei dem, was den Führer erwartet, braucht er niemanden. Am allerwenigsten Sie. Aber der Herr Götz und seine Frau bleiben doch da. Die Kinder ja auch. Aber die Kinder. Die Kinder, ich habe immer geglaubt. Ich habe geglaubt, da gibt es noch einen Ausweg irgendwie. Hier rein. Albert. Wüsste ich. du hast fieber mein herz ist nicht aus warum nimmst du nicht die kinder magde und verschwindest von hier die schon einmal gesagt ich kann euch einen lastkern nach schwanenwerder bringen man kann ihn umbauen so dass ihr euch dann verstecken können bis alles vorbei ist lange dauert es so oder so nicht mehr ich habe mir alles genau gelegt ich möchte nicht dass meine kinder in einer welt ohne nationalsozialismus aufwachsen überleg es dir noch mal magda die kinder haben ein recht auf ihre zukunft wenn die idee des nationalsozialismus stirbt gibt es keine zukunft mehr ich kann nicht glauben dass du das wirklich willst es wird noch gesprochen Tief verbinde. Herein. Ich wusste, dass Sie kommen würden. Sie können nicht zu denen, die den Führer im Stich lassen. Ich bin nur da, um mich vom Führer zu verabschieden, Frau Deinbaum. Ich muss noch heute Nacht zurück nach Hamburg. Aber natürlich müssen Sie gehen. Setzen Sie sich. Sehen Sie, ich habe einige von den Möbeln, die Sie für mich entworfen haben, mitgebracht. Ich konnte mich einfach nicht von Ihnen trennen. Aber bitte schön, nehmen Sie sich doch. Sie haben bestimmt den ganzen Tag noch nichts gegessen. Das stimmt allerdings. Danke. Es ist so wichtig, dass Sie gekommen sind. Das beweist ihm, dass Sie auf seiner Seite stehen. Hat er denn daran gezweifelt? In letzter Zeit hat er schon manchmal daran gedacht, ob Sie vielleicht auch gegen ihn sind. Aber ich habe ihm immer gesagt, dass Sie kommen würden. Und jetzt sind Sie ja da. Ich glaube, es hat ihm gefallen, dass Sie ihm geraten haben, in Berlin zu bleiben. Ich glaube auch, dass es richtig ist. Wissen Sie, es ist vielleicht verrückt, aber ich bin wirklich glücklich, dass ich hier sein darf. Und ich habe auch gar keine Angst. Und ich habe auch gar keine Angst. Mein Führer, ich... Ist das gut? Setzen wir uns. Ich habe Großes vorgehabt, mit den Deutschen wie mit der Welt. Keiner hat mich begriffen. Nicht einmal meine ältesten Mitkämpfer. Was hätten wir für möglichkeiten? Die Weltmacht lag zum Greifeln nahe. Zu spät. Das Einzige, was ich mir zugutehalten kann, ist, dass ich die Juden mit offenem Visier bekämpft habe. Und dass ich den deutschen Lebensraum vom jüdischen Gift gesäubert habe. Das war mir leuchtet, davon zu gehen. Nur dieser eine Augenblick. Und dann ewige Ruhe. Aber schonen Sie doch das Volk, mein Führer. Wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht, könnte ich darüber noch keine Träne weinen. Das hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein, dass er sich selbst so zerschreiben hat. Seit Monaten. Ich muss es loswerden, mein Führer. Seit Monaten habe ich Ihre Zerstörungsbefehle ausgesetzt. Es gibt schriftliche Beweisstücke, wonach ich Ihre Befehle nicht nur missachtet, sondern Ihnen auch zuwidergehandelt habe. Ich musste es Ihnen sagen. Meine persönliche Loyalität zu Ihnen hat dabei nie Schaden genommen. Especially because of their Ela. Also, sie Kommunen. Gut. Auf真的很. Ich wünsche Ihnen alles Gute. 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 Ich wünsche Ihnen... Ich wünsche Ihnen... Sie bleiben... Ich wünsche Ihnen... 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 Wir sprechen... Ich wünsche Ihnen... 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 Wir müssen sie mitnehmen. Zimmer durchsuchen. Lass mich lassen, dann ergärb mich einzuschlagen. Bitte. Du kannst den Hermann doch nicht umbringen lassen. Das besteht überhaupt kein Zweifel. Er wurde gepflegt. Aber was bedeutet das schon noch? Es ist ja eh alles vorbei. Denk doch an meine arme Schwester. Sie ist vom Hermann schwanger. Er hat mit Himmler kollaboriert. Er ist ein Verräter. Mit Verrätern gibt es kein Mitleid. Mit Verrätern gibt es keine Bahn. Er wird von Standgericht gestellt und unterschossen. Aber wem nutzt das denn jetzt noch? Es ist mein Wille! Du bist der Führer. Bitte. Mein Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Reserven sind nicht mehr vorhanden. Eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Im Norden steht der Hose kurz vor der Weidendammer Brücke. Im Osten am Lustgarten, im Süden am Potsdamer Platz, im Westen im Tiergarten. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Wie lange können Sie noch halten? Maximal ein bis zwei Tage. Gilt das auch für das Regierungsverschritt? Jawohl, mein Führer. Mein Führer, als Soldat schlage ich Ihnen vor, den Durchbruch aus dem Berliner Kessel zu wagen. Bedenken Sie, im Krieg um Berlin sind bereits 15.000 bis 20.000 der besten Offiziersjahrgänge gefallen. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Was Sie davor tragen, ist ein Hirngespinst. Ein ganz sogar verrückter Plan. Denken Sie an die Tausende von Verwundeten. Wir können nichts mehr für Sie tun. Mein Führer, die Befehle sind ausgearbeitet. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort als Offizier. Der Führer kann nicht als ruhmloser Flüchtling vom Parkett der Weltgeschichte verschwinden. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. Wenck ist mit der 12. Armee im Anmarsch. Sie kann sich mit der 9. Armee von Busse vereinigen und dem Russen einen so verrichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Wenck ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Telegrafieren Sie an Kettel. Es ist mir sofort zu melden. Erstens, wo sind die Spitzen von Wenck? Zweitens, wann greifen Sie weiter an? Drittens, wo ist die 9. Armee? Viertens, wohin bricht die 9. Armee? Nein, doch. Sie werden es hin, meine Herren. Ich behalte Recht. Wenck wird kommen. Wenck wird kommen. Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenck noch eingreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenck mit seinen wenigen Verwendungen der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenck sei unwahrscheinlich? Wenck hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind Sie denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Kommen Sie, ich muss hier raus! 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 Entschuldigung, ich bin eingeschlafen! Haben Sie sich etwas ausgeruht, Kind? Nehmen Sie den Stenoblock! Mein politisches Testament! Seit ich 1914 als Freiwilliger meine bescheidenen Kräfte im Ersten, dem Reich aufgezwungenen Weltkrieg einsetzte, sind nunmehr über 30 Jahre vergangen! In diesen drei Jahrzehnten haben mich bei all meinem Denken, Handeln und Leben nur die Liebe und Treue zu meinem Volk bewegt! Tut mir leid, der Beschuss war so stark! Ja, ja, Sie werden da sitzen! Es werden Jahrhunderte vergehen, aber aus den Ruinen unserer Städte und Kunstdenkmäler wird sich der Hass auf das letzten Endes verantwortliche Volk immer wieder erneuern, dem wir das alles zu verdanken haben, dem internationalen Judentum und seinen Neffen. Mein Gott, Herr Minister, was ist denn passiert? Stellen Sie sich vor, Frau Junge, der Führer will, dass ich Berlin verlasse! Er hat mir den Befehl dazu gegeben! Ich habe noch nie einen Befehl des Führers zuwieder gehandelt, nie! Aber diesen Befehl werde ich nicht befolgen! Ich bleibe an der Seite des Führers! Bitte, Frau Junge! Ich muss Ihnen sofort mein persönliches Testament diktieren! Aber ich tippe gerade das Testament des Führers! Gut! Ich verstehe, ich komme dann wieder auf Sie zu! Mein Führer, ich... Nach dem Rassengesetz bin ich verpflichtet! Also ich muss Sie fragen, mein Führer, sind Sie rhein-arische Abstammung? Ja! Dürfte ich dann bitte Ihren Ausweis? Sie sprechen mit dem Führer? Sehr wohl! Und Sie, Frau den Braun, sind Sie rhein-arische Abstammung? Ja! Dann dürfte der Sachjahr nichts mehr im Wege stehen! Ich frage Sie also, wollen Sie, mein Führer Adolf Hitler, die hier anwesende Eva Braun zu Ihrer Ehefrau nehmen? So antworten Sie mit Ja! Ja! Wollen Sie, Eva Braun, den hier anwesenden Führer Adolf Hitler zu Ihrem Ehemann nehmen? So antworten Sie mit Ja! Ja! Dann erkläre ich Sie hiermit zum Mann und Frau! Ich frage Sie mit Ja! Sie sollen sofort zum Führer! Was, um diese Zeit? Wie lange können Sie noch halten? Vielleicht 20 Stunden, nicht länger! Die Russen sind rundherum bis auf einige hundert Meter herangekommen! Für die Momente haben wir sie zum Stehen gebracht! Wissen Sie, mein Köl, die westlichen Demokratien sind dekadent! Sie werden den straff geführten Völkern des Ostens unterliegen! Alles Gute! Ich danke Ihnen! Es war nicht nur für Deutschland! Nachricht von Keitel! Erstens, Spitzewenk liegt südlich Schwielosee fest! Zweitens, 12. Armee kann daher Angriff auf Berlin nicht fortsetzen! Drittens, 9. Armee mit Masse eingeschlossen! Mein Führer, wir brauchen eine Anweisung für den Fall, dass die letzten Munitionsreserven aufgebracht sind! Ich werde niemals kapitulieren, niemals! Ich untersage Ihnen, wie jedem anderen Truppenführer, die Kapitulation! Hören Sie gut zu wünsche! Ich werde mir nicht anders als Frau Lambroune an meiner Frau selbst das Leben nehmen! Ich möchte aber nicht, dass meine Leiche von den Russen in einem Wannoptikum ausgestellt wird! Ich darf den Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen! Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein! Günther, ich nehme Ihnen das Versprechen ab, alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen! Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen! Also, die Wilder! Steine, 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 steine! Steine, steine, steine! Steine, 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 steine! Erich, ich brauche 200 Liter Benzin. Was? Bist du verrückt? Wo soll ich denn jetzt so viel Benzin herkriegen? Nimm es zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Wozu braucht ihr denn so viel Benzin? Das kann ich dir am Telefon nicht sagen. Bitte kommen Sie. Der Führer möchte uns sehen. Herr Kollege, vielleicht sollte ich Sie beim Führer entschuldigen. Das ist nur ein... Pst, Pst, Pseud. Pneum und Horaxe. Pneum und Horaxe. Mir geht's sowieso bald zu Ende. Pneum. 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 Entschuldigen Sie, dass ich Sie von Ihrer wichtigen Art Arbeit, Arbeit, Arbeit. Mein Führer, bewahren Sie Ihre Glauben an den Etsig. Führen Sie uns und wir werden Ihnen folgen. Kommen Sie. Kommen Sie, betrinken Sie erstmal was. Außer trinken kann man ja nicht mehr tun. Nehmen Sie doch bitte Platz. So ist gut. Jawohl. Die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Wir dürfen uns setzen. Wir fühlen uns geehrt, Fräulein. Frau. Sie können ruhig Frau Hitler zu mir sagen. Das hat schon seine Richtigkeit. Schade, wir kommen jetzt gar nicht mehr nach draußen. Nur wenn Sie den hellen Tod sterben wollen. Jetzt reißen Sie aber zusammen, ja? Zufel, zusammenreißen. Neko! Scheiße! Nix wie weg! Heil Hitler! Obersturm am Führer, wo machen Sie denn hier? Ich soll eine Meldung machen, beim Führer. Das geht jetzt nicht. Setz nicht immer her. Es ist ausdrinken. Darf ich Ihnen Frau Hitler vorstellen? So jung und schon so hoch dekoriert. Sie können stolz auf sich sein. Ich muss mich kurz entfernen. Ich bin das Trinken offensichtlich nicht mehr gewöhnt. Sie können ruhig die Toilette bei uns benutzen. Wir gehen's ruhig. Wenn Ihre Hand zittert, dann kann die Kugel auch nur den Sehnerf zerstören. Deshalb ist es unbedingt zu raten, auch Gift anzunehmen. Gleichzeitig. In dem Moment, in dem Sie auf die Kapsel beißen. Drücken Sie ab. Und dazu bleibt keine Zeit. Das Gift wird erst noch ein bis zwei Sekunden. Guck mal. Guck mal gehen. Der ist nicht mehr will. Ein Bisschen vom Zeltung bei der Kanzlei ist. Du kannst doch hier etwas weg, oder? Der ist nicht mehr weg, oder? Der ist nicht mehr weg. Der ist nicht mehr weg. Ich bin in der Kanzlei. Der ist nicht mehr weg, oder? Der ist nicht mehr weg. Es Assiedsicherung. Wissen Sie, Frau Junge, jetzt kenne ich ihn, meinen Mann, schon über 15 Jahre. Und doch, wenn ich es mir recht überlege, weiß ich eigentlich gar nichts von ihm, obwohl er ja gern rät. Ich habe mich eigentlich auf Berlin gefreut, aber nun ist er so ganz anders als früher. Jetzt rät er mit mir nur noch über Hunde und vegetarisches Essen. Ich habe oft eine Sauwut über die Blondie. Manchmal gebe ich dem Vieh heimlich unterm Tisch einen Fußtritt und der Adolf wundert sich dann über ihr närrisches Benehmen. Manchmal glaube ich, dass er niemanden in sich reinschauen lassen will. So richtig meine ich, wenn er privat ist. Er kann so fürsorglich sein. Und dann wieder sagt er so brutale Sachen. Sie meinen, wenn er der Führer ist. Jetzt kommen Sie. Brauchen Sie noch eine. Jetzt haben Sie so viele Sorgen. Und ich, blöde Kuh, höre Ihnen noch was vor. Frau Junge, ich möchte Ihnen diesen Mantel zum Abschied schenken. Ich habe immer so gern gut anzogen, eine Dame um mich gehabt. Jetzt sollen Sie ihn haben und sich daran freuen. Ich bin ganz überrascht. Danke. Ich weiß gar nicht, wo und wann ich ihn tragen könnte. Bitte. Versuchen Sie noch rauszukommen. Versprechen Sie es mir. ? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Das war sehr gut, Frau Lannziali. Nun ist es so weit. Das ist zu Ende. Der Führer will sich verabschieden. Kommt jetzt. Das war's. Sie sind die tapferste Mutter im Reich. Mein Führer, Sie machen mich zur glücklichsten Frau Deutschlands. Das war's. Ja, Kinder. Was macht ihr denn hier? Wir wollen Tendee von Okel Hitler bewegen. Habt ihr denn heute überhaupt schon was gegessen? Oh, Frühstück. Äh, jetzt bleibt's da. Ich hol' euch was zu essen und komm' gleich zurück. Ja. 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 Herr Günscher, ich muss unbedingt noch einmal den Führer sprechen. Bitte. Ja. Es tut mir leid, Frau Goebbels, ich hab' ausdrücklich im Befehl vom Führer, dass er nicht mehr gestört wird. Bitte, Günscher. Ja. 한데 Mal, ich hab' zu Hause. Ja. 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 Wie bist du denn da nicht? Mein Führer, ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Mein Führer, bitte, verlassen Sie uns nicht. Was soll denn aus uns werden? Morgen schon werden mich Millionen verfluchen. Aber das Schicksal wollte es nicht anders. Stehen Sie? Ah, Quatschie. Tante Traudl, das ist lustig, wenn es so donnert. So? Wieso denn? Uns kann hier nichts passieren, oder? Stimmt. Volltreffer! Reichsleiter, es ist passiert. Ich melde, der Führer ist tot. Das ist Papa. Sag mal, bist du wahnsinnig? Wegen deinem Scheiß-Benzien sind da draußen brav... Erich, sei lieber still. Zurücktritt! Zurücktritt! Los, weiter! Weiter! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Lügen werden eines Tages in sich zusammenbrechen und das Licht wird das Dunkel erhellen. Können Sie mir das noch einmal vorlesen, bitte? Die Lügen werden eines Tages in sich zusammenbrechen und das Licht wird das Dunkel erhellen. Wir machen das neu. Die Lügen werden eines Tages in sich zusammenbrechen und über ihnen wird wieder die Wahrheit triumphieren. Es wird die Stunde sein, da wir über allem stehen, rein und makellos. Amen. 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 Vielen Dank. 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 Alles gut. So, jetzt aber los. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitling, ehemaliger Befehlshaber des Verteidigungsbereichs Berlin. Vielen Dank. What's going on? 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 What's going on?